Das Bücherregal Astrid hat zu Hause ein kleines Bücherregal. Sie hat Märchenbücher, Comichefte, Sachbücher und Kinderromane. Sie mag am liebsten Märchen. Astrid liebt ihre Bücher. Wenn sie ein wenig Freizeit hat, nimmt sie ein Buch aus dem Regal und liest es. Sie liest sogar ihrem kleinen Bruder Märchen vor, bevor sie ins Bett gehen. Astrid leiht sich oft Bücher von ihren Freunden und aus der Schulbibliothek aus. Letztes Wochenende liest sich Astrid ein Buch von ihrer Freundin Karen. Im Buch ging es um einen grossen Kater, der einen rot-weiss gestreiften Hut und eine rote Fliege trug. Der Titel des Buches war Der Kater mit Hut. Astrid fing an, das Buch zu lesen und sie vergaß zu essen. Ihre Mutter rief sie mehrmals zu Tisch. Aber Astrid hörte es nicht. Sie las weiter, bis sie das Buch fertig las. Astrid liest gerne, denn sie erweitert dadurch ihre Kenntnisse. Durch das Lesen grossartiger Bücher entdeckt Astrid viel Neues und wird kreativ. Die Folge mit stern Cochrane Die Folge mit dem Seen Fur regrettet. Die Folge mit dem Seen Fur,